Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem GroupCraft Server. Ja, mir ist eine Folge leider richtig kaputt gegangen. Fraps hat mir leider die Folge nicht gerade gut aufgenommen. Und in dieser Folge war ich nur mit Novolem ein bisschen farmen, Redstone holen. Und habe hier noch eine Kiste hingetan und hier unten eine Weide. Da gehen wir kurz hin. Ja und deshalb habe ich jetzt auch 24 Levels und so, weil Redstone extrem viel gibt. Also extrem viel nicht, aber am meisten. So, hier sind meine Tiere und ja. Gehen wir nach oben und nehmen unsere Sachen raus. Eine Diamantspitzhack habe ich jetzt auch gemacht, weil ich ja letztes Mal nicht gemacht habe. So, machen wir das so. Und so, ja und so. Okay, das Fleisch nehmen wir mit. Der Wassereimer wieder. Steinachs müssen wir ja nicht mitnehmen. Ein bisschen Eisen bauen. Die da. Ein bisschen Kohle. Döckchen. Und die Fockeln. So. Sonst brauchen wir eigentlich nichts mehr mitnehmen. Ja. Hier hätten wir noch ein bisschen Eisen. Das lasse ich mal noch drin. Und jetzt gehen wir zur Farm. Ich werde wahrscheinlich bei der Farm auch ein Waypoint machen. Sonst müssen wir immer hier. Oder wir können vom Haus. Das ist das Haus, wo ich ja einfach so off-topic, also wenn ich nicht aufnehme, hier einfach wohnen. Und ja, es ist im Bau. Also ja, mir fehlen halt recht viele Rohstoffe. Muss ich mir wieder sehr viel holen und das geht in die Zeit. So. Hier unten. Mega cool man. Hallo. Welcome. Jo. Nico hat auch ein bisschen weiter gemacht. Okay. Wahrscheinlich unterirdisch. Nice. Okay, auch so ein Handy-Nausch. Ich habe immer noch 4S. Mir reicht das, also. Ich benutze es nicht mal. Außer wenn ich dann abseits bin von meinem Haus. Weg. So, hier ist die Farm. Ah, 6 Nummer oder was gibt es da schon? Ich weiß es nicht, was ich meine. Oder 6 iPhones. Das wäre ja ein bisschen komisch und schlecht. Also schlecht nicht, aber... Ähm, man braucht es halt nicht. Machen wir den Sound wieder ein bisschen leiser. Das ist jetzt wieder im Livestream so. So. Das hörte mir ja gar nicht zu. Er könnte gar nicht mich hören. Nein. Ich nehme es manchmal schon an, aber wenn ich jetzt gerade Let's Playen und so... für es bin nicht so der Handy-Fan. Geh weg. So. Also die Küchen. So, aber das werden wir jetzt nur am Anfang machen, aber ich brauche unbedingt Fleisch. Weil die Kühe sehr langsam hochzichtbar sind. Und ähm, die Leute, die halt hier sind. Danke. Du hast auch einen. Wegen. Wegen. Und zwar... Weizenkörner kann ich hier rein tun. Hähnchen auch. Ah ja. Die Kühe noch schlachten. Mal kurz schauen. Hey, ein bisschen leiser bitte. Es ist Wahnsinn. Feindliche Kreaturen. Feindliche Kreaturen. Wir haben hier... Ähm, ich mache... Ich mache die Hilfe mal. Für die anderen auch... Also... Ja. Weil es nervt halt schon ein bisschen, wenn man hier reingehen muss. Nur wegen den Tieren. Also bei den anderen machst du es jetzt nicht. So, ähm... Naja. Könnten wir ja auch machen, aber dann geht das Ding kaputt. Ich mache hier noch eins. Und hier. Ja. Sieht ein bisschen komisch aus. Nö. Nicht so nötig. Hab glaube ich dasselbe. So, 16 Fleisch. Immerhin. Lp muss ich... Lp muss ich... Ich nehme es jetzt an. Ähm... Da ich ja sowieso eigentlich Ding bin. Mal kurz... Ähm... Hier runter. So. Dann Fly wieder raus. So. Weil Architekten haben liegen. Green. 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 So. Und? Gibst du mir ein... Was ist es jetzt? Ist es da oben? Oder was? Gib mir die Entwein. Ja. F2. F2. Ab. Mal schauen, ob ich das Ding verlinke oder so. Wegen dem hochladen. Ende. Fairly. Ah. Ja. Ja. Aber... Okay. Slash... Ähm... Home. Apple. Ja. Tp Marco. Tp. Bin hinter dem. Ja. Da kann es leider nichts platzieren. Ah. Was will er uns zeigen? Ah. Ist es zu lange offline gewesen. Also AFK. Okay. Briefart. Okay. Süß. Kommendo. Toll. Bei der Mühle wohnt er. Okay. Bei der Mühle wohnt er. Mit dem Sumpf. Yes. Kann man nicht runter oder? Doch. Okay. Ah. Baut weiter. Okay. Schön. Ja. Da unten geht es runter. Da kann man noch raus schauen. Aha. Tricht. Jo. Mal schauen wie es so wird. Okay. Oben ist. Bisschen flach. Aber ähm. Gute Form. Bye bye. So. Ich verporte mich lieber wieder. So. Ich möchte kurz das braten. Und dann gehen wir wieder farmen. Ähm. Karotten haben wir unten schon. Ja. Dann gehen wir am besten mal ähm. Ähm. Einen wieder. Einfach um noch mehr Diamanten zu haben. Und dann. Ja. Wir haben ja jetzt eine Diamantspitzhocke. Die ich noch nicht benutzt habe. Holen wir ein bisschen Obsidian für den Cybertisch. Und für das Portal. Und für das Portal. Das Portal werde ich dann nicht machen. Aber ich werde ein Feuerzeuger machen. Und dann gehen wir in die Farmwelt. Weil. Ja. Ich finde. Einfach so die Ware mit. In die. Neffe Welt zu gehen. Ist nicht so. Ja. Für ein Let's Play Gang. Aber eben auch. Weil ich. Weil ich Minecraft eigentlich spielen will. Und nicht irgendwie cheaten. Sozusagen. So. Wir nehmen noch ein bisschen Holz mit. Haben wir eigentlich nicht da noch irgendwo Holz? Ach. Ich komme hier nicht auf. Nach oben. Ähm. Nehmen wir mal Dreck. Ja. Nehmen wir das mit. So. Ähm. Holz. Ja. Nur das. Aber ich weiß es nicht. Ah. Das ist ein Let... Ein Ding gewesen. Ähm. Der Livestream-Aufnahme. So. Okay. Jetzt ist wieder Abend hier. Und wir nehmen noch das Fleisch mit. Ja. So. Das reicht. Slash. Home. Ah. Jetzt habe ich nicht in der Farmer eins gemacht. Aber... Wir brauchen die Farmer eigentlich jetzt nicht mehr. Ähm. Ähm. Was haben wir nicht gemacht? Strip. Ne. Was ist es? Minen. So. Weil sonst wieder Kilometer weiß... Weiß ähm... Laufen müssen. Ähm. Ich frag mich nur... Haben wir nicht den anderen Hauptbefänger? Da ist er. Ähm. 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 Das ist der obere Ding. Minensumpf. Bad. Sumpf ist der vom Livestream. Firm ist von der Form... Äh. Von der Portalwelt. Ähm. Ja. Okay. Da müssen wir runter irgendwie. Ah ja. Hier ist ja sogar schon. Ding. Wahrscheinlich ob Lava darunter ist. Ne. Also dann. Mal wissen, ob sie die anabfarmen. Ich nehme am besten jetzt nur 4. Wir müssen jetzt noch nicht in den Neffe fahren. Nö. Also da nehme ich mal nur 4. Sonst geht es zu lange. Und jetzt weinen wir dann noch ein bisschen. Ähm. Für etwas anderes brauche ich jetzt gerade genug Obsidian. Nö. Eher dann noch zum Bauen oder so. Weil Zukunft ist schon vielleicht ein bisschen Obsidian. Ja. Weil es sieht schon nice aus, wenn man es als... Ja. Was soll man? Als Ofen. Als Hochofen. Weil es ist jetzt nicht genau, für was man es finden kann. Aber jetzt ist es ja gut. Jetzt habe ich die 4. Ich mache das am besten hier. Ich gehe jetzt hier rein. Und finde gleich mal Redstone. Ah, Lava bitte nicht. So. Dann machen wir hier mal. Einen Street Mining Gang. Wir müssen schnell an den kommen. Da ist genug Licht drin. Ähm. Schnell an Level. Und Diamanten kommen für Zerber. Und auch an Läder müssen wir dann kommen. Also dann machen wir noch die Farmer ein bisschen größer. Kann ich da mal schauen, was das für ein Lava-Sea ist. Hier irgendwo. Ähm. Wo ist denn das? Was? Was? Defoning. Ähm. Atmosphäre ist schon. Es ist nicht lauter. Ja, okay. Ist jetzt nicht, ähm, so erkennbar. Vielleicht legt das an meinem Herzen oder so. Aber ich konnte das mal erorten. Also orten. Ah, hier oben wäre eine Höhle. Da war nicht schon. Ah, eine Krippe. Ups. So. Ja, dann nehmen wir hier noch ein bisschen Kohle mit. Kohle können wir eigentlich immer gebrauchen für die Öfen. Schade, dass es noch keine anderen Öfen gibt, was nicht Kohle immer verbrennt. Oder so ein automatischer, ähm, Stromofen, also dass man es mit Redstone so bepowern kann. Es, es fehlt sowieso etwas, dass man Redstone zum Strom machen bringt, also dass man etwas machen muss, einen Generator oder so. Weil Redstone alleine ist schon fast irgendwie ein bisschen, ja, es funktioniert einfach immer, man hört unendlich. Das ist, äh, nicht gerade realistisch. Ja, ja. Gehen wir mal einen am Anfang. Also wenn man jetzt verzaubern will und so, muss man recht viel meinen. Ah, hier ist das Ding wohl auch. Das ist jetzt aber hier. Ja. Weil man hört es schon recht weit und, ähm, ja, die Richtung könnte man vielleicht noch irgendwie erahnen. Aber nicht, ähm, wie weit es noch ist. Außer man, man kennt die Lautstärke und so, es gibt so Profis. Okay, Redstone überall. Weißt du, wenn man, wenn man sucht, dann findet man recht wenig. Und wenn man, ähm, die nicht sucht, dann findet man sie eigentlich immer. Also immer auf Lager halten. Das ist ein Redstone. Man kann jetzt so Blöcke machen und dann schön in Kisten verstauen. Ähm, weil, äh, ja, wenn man da mal braucht und nichts hat, ja, das müssen wir. Also, wo sind die schönen Diamanten? Irgendwie recht wenig. Ah, wir sind jetzt hier beim Sumpf. Aber das ist nicht der Sumpf vom Home. Also, ein großes Lager müssen wir dann auch noch machen. Das ist schrecklich, wie viel. Hallo. Schön früh am Morgen. Und ich natürlich als spät aufstehe. Noch ein bisschen müde. Dafür bin ich so meistens bis um 3 Uhr morgens wach. Das ist hier immer gewesen. Nö, das ist nochmal ein Ding. Okay, ein Skelett. Haha, da hat sich noch kaputt. Also, er hat sich noch ein bisschen verbrannt. Ich glaube, ich habe es noch zulegt hier. Ich glaube, ich habe es noch zulegt hier. Einen. Okay. Okay. So, jetzt ist es auch wieder ein bisschen spannend. Oh, zwei. Zwei Skelette. Ich nehme jetzt alle mit wegen dem Level. Also, eben ein Block gibt nicht so viel, aber weil man sie so extrem viel findet. Wieso findet man die nicht so viel findet. So. Jetzt hier noch Lava. Oh, da hinten sind irgendwo Zombies. Ah, ich gehe jetzt nicht zu dem. Sonst finden wir ihn wieder nicht. Hallo. Ah, da oben muss er irgendwo sein. Noch weiter oder was? Ah, schaut mal her. Der erste Spawner seit Jahren. Hier auch sterben. Ich habe übrigens letztes Mal noch eine Eisenrüstung gemacht. Ich glaube, das ist nicht... Wieso ist hier... Wieso ist hier keine Kiste? Das ist eine Verarschung. Man findet einen Spawner und hat nicht mal eine Belohnung. Da jetzt sowieso dann das Ding ist, ähm, Reset von der Map. Lieber ein bisschen Level mitnehmen. Und hier ein bisschen Monster Copeland, auch wenn man es jetzt eigentlich herstellen kann. Einfach mitnehmen. Ist ja nicht. Dann hat man es auf Lager. Muss man es nicht herstellen. Man muss Lianen mit Cobblestone vermischen. Also... Im... Im Crafting Table. Aber das reicht. So, die Reihe noch. Mehr brauche ich jetzt wirklich nicht. Also manchmal hat es keine Kisten hier bei Spawnern. Das ist ein bisschen blöd. Mal ein bisschen Eisen mitnehmen. Ah, so viel muss ich jetzt sagen. Vielleicht will ich noch ein bisschen Diamanten finden. Hm. Skeletti, wo bist du da hinten? Hinter der Wand. So, fast Level 30. Dann gehen wir zurück und verzeigen unsere Spitzsacken. Auf Level 30 so. Und ähm. Ja. Da ist gar nichts. Ähm. Wir brauchen noch ein paar Fackeln. Oh, schaut mal. Das 3,5 Stack. Ding. Redstone. So. Machen wir mal hier weiter. Habe ich jetzt das nicht platziert? Ich bin doch drauf geblieben. So. Ähm. Nö. Woher gibt es Diamanten? Sind sie auserkauft? Das ist genauso wie am Supermarkt, wenn man irgendwas sucht und es einfach nicht findet. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Machen wir mal in diese Richtung ans Eingang. Ähm. Die Map oben rechts habe ich übrigens wieder angestellt, weil ich will nicht gecheate haben in einer Map. Ich will einfach Übersicht haben. Und ähm. Deshalb ist jetzt gerade kein Untergrund und so. Das ist schon ein bisschen gecheate, also wenn man immer wieder ein Ding findet. Also wir hätten auch gerne, wenn ihr auf dem Server kommt, dass ihr eben die Map so ausschaltet wie ich. Das nur angezeigt wird, was an der Oberfläche... Und wir haben Diamanten. Wir könnten die eigentlich saven und dann mit Glück, aber Glück ist ja selten. Selten. Oh, recht viel. Ich dachte nur zwei oder ein. Aber seht mal her. Hübsch hübsch. So. Aber wir müssen noch ein paar Level haben. Leider. Leider. Aber wenn keine Redstone kommt und keine Kohle, und keine Gegner, das ist ein bisschen schlecht. Gib mir auch eine Hölle. Leider. 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 Da mache ich das genau in der nächsten Folge dann. Mit dem Verzaubern. Aber heute noch den Zaubertisch. oder vielleicht auch heute den Ding, weil die zweite Folge kommt eventuell. Auch schon heute. Muss ich schauen. Ich habe noch viele G2-5-Folgen. Und, ähm, ja. Mal schauen, ob ich jetzt heute noch dran komme. Weil es ist sehr beliebt. Und ihr wisst ja, wenn ich etwas wirklich toll von euch finde, also wenn viele Aufrufe, viele Likes hat, dann mache ich natürlich mehr. Und... Das gönne ich euch. Irgendwie sagt mir etwas, dass es da drüben irgendwo Diamanten hat. Vielleicht hier oben. Also hier drüben nicht. Ich habe so einen Instinkt nach Diamanten. Ja. Seht ihr? Oh mein Gott. Ich bin so gut. Ihr müsst immer aufs erste Instinkt, auf das erste Ding. Ah, dort sind Diamanten. Müsst ihr hören. Weil sonst findet ihr die Diamanten nicht. Ja. Es ist immer so. Ich sage jetzt immer sofort, ich denke an Diamanten und ich muss Diamanten haben. Und ich gehe jetzt dorthin. Ich sage einen Weg, ich sage Diamanten und dann findet ihr Diamanten. Ja. Habe schon gesagt. Hallo. So, noch ein bisschen Level holen. Ja, geht auch alle kaputt. Mensch mei. Kuckus. Habt ihr irgendwo Gegner gesehen? Ich brauche ein paar Level. Noch mehr Redstone. Okay. Von mir aus. Nehm ich gerne mal. Ich denke mit Redstone bauen wir auch recht viel dann. Aber nicht nur zum, ähm, Technik machen, sondern auch um irgendwas schön auszusehen lassen. Ja. Nochmal hallo. Uhu. Ah. Ah. Manche Leute brauchen wahrscheinlich nochmal so eine Bestätigung, dass ich hallo gesagt habe. Ich schaffe es mal. Ja. Okay. Hallo. Sag ich halt nochmal hallo, wenn jetzt gerade einer hier reinkommt. Ja. Okay. 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 Tja, Gold! Gold! Männer, Gold! Und daneben... Diamanten! Ja, brauche ich nicht. Wow. Acht mehr. Komm schon, mehr. Ich nenne die Folge Diamantenfieber. Also, ähm, nochmals für die Neusehne oder so noch nicht wissen. Unten in der Videobeschreibung tue ich den Titel hin, weil sonst zu lang wird und so. Ähm, ja, einfach die erste Ding ist ja mit dem Titel eigentlich, was da passiert. Also, was, ja, ich will ja nicht unbedingt so sparen im Titel, aber... Einfach irgendwas geschrieben, zum Beispiel eben Diamantenfieber. Das Diamantenfieber geht los. Oder so. So. Also, wir sind Gole, damit wir Level bekommen. Das eine Level muss ich noch haben. Aber nun, das ist Pflicht. Das ist... Richtige Pflicht. Komm schon, ein bisschen noch. Bisschen noch. Bisschen noch. Bisschen noch. Jetzt! Max Level. Das ist einfach das Minecraft Max Level zum Verzerbern. So. Ja, den lehre ich zuerst mal aus. Nein, ich werde zuerst mal bisschen Redstone Blöcke machen. Sonst haben wir da noch viel, ähm, Ding. Wie soll ich sagen? Viel Platz verschwendet. So. So. Letzte Blöcke nochmals. Gut. Das rein, das rein. 47! Boah! Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Hier lege ich die rein, die ich nicht brauche. Okay, ich brauche nur zwei. Ah, da rum. So. Und dann mache ich dann mal noch eine Kiste. Die ist nämlich für die Sachen, die ich ablege. Ähm, Kiste. Doppelkiste. So. Ja, dann wäre das da hier. Ja, okay. Alles, was mit Stein zu tun hat. Doppelkiste. Außer ein Cobblestone nicht. Ein Stack Cobblestone nicht. Das könnte ich dann noch für Öfen und so gebrauchen. Ja, Erde. Tu ich jetzt mal hier rein. Das, das. Ja. Ja. Also tun wir schon mal so. Okay, du musst einbrechen. Was hast du vor? Ähm. Buch. Tja. Leder. Zucker. Ähm. Leder. 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 Nicht Zucker! Leder. So. Ein Buch. Ich mach mehrere Bücher. So. Ja, das machen wir so aus wegen dem Ding. So. Machen wir das nochmal. Saubertisch. Bücherregal auch noch. Machen wir das Systemholz. Ja, wir haben leider wenig Läden. Wenig ähm. Ich muss noch mehr Bücher machen. Ich muss noch mehr Zucker haben. So. So. Nein, nicht die. Die. So elf Bücher. Drei. Bibliotheka. Okay. Ja, machen wir mal drei. Hm. Wohin stehen? Dort drüben, oder? Weil wir da sowieso eine Brücke machen. Mach ich jetzt hier mal ein Ding rüber. Eine Brücke. So. Langsam. Langsam. Rüber. Geht leider nicht schneller. Wo hab ich das so gehört? Da drüben. So. Und das Obst mach ich weg. Kann ich das gleich hier machen. Ähm. So. Und der Bam geht weg. Der muss weg. So. Und der Bam geht weg. Der muss weg. Leder. Ähm. Ja. Die Folge ist eigentlich jetzt vorbei. Also. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Und ja. Danke fürs Schauen. Tschüss.